hey yo hey yo ich bin's wieder euer basti mit einem gast da und stelle ich mal vor das war der sascha und es ist 2 32 heute in diesem part werden wir ich bin mit clash of clans und ich erstelle gerade meine truppen und was nehme ich denn heute im kampf kobolden barbaren und bogies wie ihr seht habe ich eine kleine zahl hier oben so ein million gold und fast ein million als hier ist ganz okay in einem tag zu fahren und 5000 dunkles gestern hatte ich nur 2000 aber in einem tag 3000 ganz okay und das in der liga silber 2 und ich upgrade gerade meine bogies mein verborgener tesla wird noch gebaut hier habe ich schon ein und naja noch mein bogenschützenturm und ich wollte mal sagen schreibt unten in die kommentare wie ihr meine base findet denn es würde mich gerne interessieren ich würde auch review machen wie ich sie gebaut habe oder so und ja ich glaube ich werde nicht nur clash of clans aufnehmen aufnehmen werde ich auch noch fun run auf jeden fall dann noch mc4 also modern combat 4 und ich werde noch andere sachen aufnehmen und ihr kennt mich auch kennt mich auch kennt mich mal einschalten ich war auf jeden fall sasha sagt mein thema ja falls es für euch langweilig ist dann spielt einfach vor und auf jeden fall werden wir also ich werde noch ein neues aufnahmegerät ich werde noch ein neues aufnahmegerät mir downloaden ein besseres und io wahrscheinlich etwas ja verlinkt zu meinem aufnahmegerät in der beschreibung ich kann es eigentlich empfehlen da es nicht rumspackt und dass man es nicht ruten muss das tablet oder handy je nachdem wo ihr das aufnehmen wollt und ja link zu modern combat 4 ist auch in der beschreibung sobald ich weiß fehlt mir nur noch der barbaren könig und dann habe ich alle sachen dann habe ich alles naja ok und die goldmine aber die sind eigentlich nicht so nötig dekoration habe ich eigentlich nichts finde es auch unnötig verteidigung alles armee nicht alles schild habe ich bereits oder nein ich habe vorhin angekriegt ja ich könnte ein paar andere für zeigen hier der hier fand ich war ganz ok so etwas vor machen wir auf zwei nicht so schnell und auf jeden fall ihr könnt mir auch schreiben ihr könnt auch in meinen clan rein was heißt mein in den clan wo ich drin bin der clan heißt mezzomix ja komische name ich weiß aber naja und mein mein kollege hier sascha der spielt auch christmas hat es aber erst vorhin so angefangen zu zocken so wie ihr gesehen habt war das mein kampf also ganz ok war der loot 263.000 gold und 220.000 elixir leider kein dunkles aber naja und diese zwei prozent bis zu 50 prozent haben gefehlt aber naja so was kommt da noch dann kommen hier noch einen den fand ich ganz naja ein bisschen zu wenig aber naja hier schön den heiltrank benutzt ist ja nicht so dass heiltrank was nützt ich kann das jacob beispiel anholfen geht nicht wandern ja so sasaboy hast äh sascha sag mal ein thema hier jetzt äh ist Thema Rekord äh ja ähm und zwar du ah der Kampf ist hier auch schon zu Ende und zwar von Ricardo habe ich das ganze loot außer 291 von beiden und jetzt würde ich sagen noch ein Kampf aber das ist dann auch der letzte muss hier den suchen ich glaube den kann ich jetzt nicht wiederholen aber dann werden wir noch Leute besuchen aus meinem Clan die haben mich gebeten in deren Dorf zu gehen Knut als allererstes Knut ich finde dein Dorf ist ganz exzent also damit meine ich es ist vom Design her für naja das ist das ist keine Farm Base aber auch keine Trophy Base das finde ich schon ein bisschen komisch und der Barbarenkönig ist zu weit außen und die Clarenburg auch das geht einfach nicht die vier Minenwerfer sind gut abgedeckt äh platziert würde ich mal sagen Magier-Türme, könntest du noch etwas höher machen? Und ja, vom Designer ganz okay. Weitergehen. Als nächstes, ups, ah hier, er, als nächstes, jetzt ist es dumm, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf den weiter, hier auf Jakob. So, der Jakob, der ist, ja, ups, nein Spaß, auf jeden Fall, ich mach jetzt schnell, deine Verteidigung könnte noch etwas höher gehen, dann noch, was kann dann noch? Die Basis vom Design her, eigentlich recht gut, würde ich mal sagen. Aber, eins stört nicht. Und das ist deine fette Mutter, du Hurensohn. Nein, Spaß, tut mir leid. Ähm. So. So. Eigentlich recht gut. Dann, wir nehmen schon seit neun Minuten und fünf, fünf, fünf. Tschau. Dann würde ich sagen, liken, abonnieren, favorieren. Bitte schlägt nicht weiter vor, es wäre echt nett von euch. Und, tschau.